Sind Sie eine echte jüdische Mutter? Haben Sie immer Fotos Ihrer Kinder mit? Wie verhalten Sie sich bei offiziellen Gesprächen über Ihre Kinder? Sind Ihre Kinder die Schönsten? Sind Ihre Kinder Genies? Sind Sie von Gott gesegnet, solche Kinder zu haben? Hat Ihr Kind einen IQ über 150? Sind Ihre Kinder gute jüdische Kinder? Mein Kind ist zum Verzweifeln Ja Nein Die Antwort müsste sein Ja Mein Name ist P Ich habe ein Problem, das ich loswerden muss Ich habe einen Sohn Sami Ich bezeichne mich selbst Als jüdische Mutter ohne radikale Note Und ich habe ein Problem Wie bringe ich mein Kind auf den einzig wahren, halbwegs jüdischen Weg? Sami verbringt den hohen Feiertag in der Disco Und den Chabbes vor dem Fernsehapparat mit dem Handy in der Hand Jetzt singe ich Jeden Abend Ein Wiegenlied für einen gepiersten 17-Jährigen Und ich schmier mein Jankle, mein Schäle Die Egele, die Schwarzinke macht zu Ein Jüngle, was hat schon alle Zehnte lacht Muss noch die Mame singen Eilu Ein Jüngle, was hat schon alle Zehnte lacht Muss noch die Mame singen Eilu Ein Jüngle, was hat schon alle Zehnte lacht Und ich habe einen Jüngle, was hat schon alle Zehnte lacht Und ich habe einen Jüngle, was hat schon alle Zehnte lacht